Jo, da wären wir wieder. Gleich loslaufen, gleich loslaufen. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Ich muss Stromsachen bauen. Ähm, genau. Primary 3er reicht erstmal. Brauche ich viel zu lange, das zurückzubauen. Da. 3er. Zack, zack, zack. Gucken wir mal, ob die genug Wasser und Temperatur haben. Ja, Available Performance. 99,999 würde ich sagen. Ich sehe so einen ganz kleinen schwarzen Strich da. Aber der ist überall. Okay. Also, auch mit den 3er-Modulen kommt die Hitzegenerierung soweit gut an. Aber wir kommen langsam ans Limit. Ihr seht schon, die beiden hinteren arbeiten nicht, aber alle sind durchgehend am Touren. Und erst ab 26 Grad? Achso, da fängt es an. Ab hier so den beiden ist es erst 100. Das heißt, wenn wir alles 3er haben, könnte es ein bisschen problematisch werden. Aber gut. Was sagt Strom allgemein? Wir holen langsam auf mit der Hauptanlage. Das ist gut. Das heißt, ich könnte mich jetzt eigentlich jetzt ranwagen, was anderes zu machen. Ich wollte nämlich auf die grünen Chips achten, auf die roten Chips achten. Ich wollte weiterhin die Module hier bauen. Ich wollte allerdings auch... So, das könnte ich hier abreißen alles. Ich wollte die nämlich nach unten packen. So, weg, 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 weg. Das mitnehmen. Ich wollte die besseren Spicken-Rule bauen. Und ich hatte unten ja schon angefangen mit MK1, MK2, MK3. Mist, ich habe vergessen, Waterfill zu installieren. Nee, ist okay. Solange du da arbeitest, ist alles gut. Du hast keinen Rubber. Oh, nein. Nein, 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 nein. Wir haben all unser Resin verbaut. Äh, Roboter. Gebt mir mal bitte Setzlinge. Alle, die ihr finden könnt. Ich muss ganz dringend einen Wald bauen. Ja, die sind jetzt alle mit anderen Sachen beschäftigt. Ähm, also ja, ich muss jetzt einen Wald bauen. Und wenn der Wald gebaut ist, darf das Resin nicht hierher gebracht werden. Sondern wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir neues Resin kriegen. Also neue Bäume bauen können. Das ist jetzt nicht so schön. Habe ich noch irgendwo einen Wald, den ich vernichten kann? Irgendwo so eine Stelle, wo ich dachte, ich könnte der Umwelt was Gutes tun. Bis ich dann irgendein... Ah, da hinten. Bis ich irgendwann eingesehen habe, dass es gar nichts bringt. Und genau, das da kann alles weg. Mitsamt der Strommasten und allem. Hier. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht das Fließband... Braucht ich das Fließband noch für irgendwas? Da kam mal Metall an, ne? Ja, Anu dazu mal. So, das kann alles... Mit der Pfost musst du noch da bleiben, wegen der Sandkiste da. So, weg, 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 weg. Und es kommt echt nur Resin raus, kein Holz. Das ist ärgerlich. Oh, gut. Schlacke haut nicht so hin, wie ich dachte. Ist gleich wieder voll. Ich reiß die mal ab. Oh, Momentar ist voll. Ich kann zum Ausgleich... Da ist eine rosa Kiste. Ja, 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 ja. Die drängen sich ja auf da. Nimm das da und geht weg. Das da und das da und das da. Das da. So. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte die da weg machen. Weg. 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 Das wundert mich jetzt aber, dass obwohl wir keine Eisenplatten und Küpferplatten mehr gießen, dass trotzdem so viel Schlag generiert wird. Äh. Ach so, gib mir den Tank da. Der wurde auf den Boden geschmissen. So. Gucken wir mal. Wird alles abgebaut? Wird alles abgebaut? Wir haben noch genug Dreckiges. Kupfer, drückiges Eisen. Ist alles gut. Sauberes Kupfer ist unten. Das wird aber noch nicht hin und her geflogen. Das läuft noch über Fließbänder. Ja. Ich wollte mich ebenfalls noch um die Mauer kümmern. Ich wollte eigentlich anfangen, Bronze zu gießen. Aber dafür bräuchten wir erst mal Zinn. Also Tinn. Das haben wir nicht. Ja, zu viel kleinen Kram. Stahl ist langsam ein bisschen mehr da. Oh, hier ist schön sauber. Sehr gut. Ah, und die Dinger müssen fertig sein. Genau. Hau die mal. Oh, lass mich da. Da ein hin. Da ein hin. Temperatur 100. Alles super. Schön, schön, schön. Also das werde ich immer weiter erweitern. Ich denke mal bis... So könnte das schon grenzwertig werden mit der Temperatur. Aber nö, scheint zu klappen. Also das wäre dann ein Block. Vier mal fünf. Also 20 Engines. Und dann könnten wir hier neben noch einen Block und daneben noch einen Block machen. Das Ding müsste dann umziehen, aber das muss es wahrscheinlich sowieso. Was ist mit der roten Anlage hier? Die kann auch abgerissen werden, ne? So ein bisschen Müll aufräumen. So. Oh, das Spielinventar macht nichts. Das ist nicht gut. Bauen wir davon welche. Und gib mir mehr Eisenplatten. Und die Roboter sind immer alle beschäftigt, ne? Ja. Alle beschäftigt. Das ist krass. Mit Eisenzahnrädern hin und her fliegen. Das hier kann weg. Richtig, richtig. Ja. Macht daraus bitte auch rosa Kisten, lila Kisten, wie auch immer. Plastik. Plastik haben wir bisher hier eingelagert und von hier auf weiter verschifft. Das sollten wir eigentlich direkt an der Quelle. Direkt an der Quelle. Abnehmen. Wobei hier wird es auch gebraucht für irgendwas. Wo wird hier Plastik gebraucht? Für rote Chips. Nö. Nicht mehr. Du bekommst. Du bekommst jetzt alles aus Kisten. Du bekommst auch deine grünen Chips aus Kisten. Du bekommst deine Engines aus Kisten. Ne, Engines bekommst du von da unten. So. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob das alles so weit funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ich glaube schon. Engines bekommst du von da. Das bekommst du. Stahl brauchst du noch. Stahl und ein Stück. So, das heißt, die ganzen komischen Konstruktionen hier weg. Du wirst von da befüttert, ja. Alles aufheben. Alles weg hier. Das ist viel zu guttelmuddelig. Und ja, das ist ein Wort. So, weg, 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 weg. Die Drahtproduktion brauchen wir auch nicht. Die Produktion brauchen wir. Aber die können wir woanders, glaube ich, besser machen. Und, ach so, ich werde immer noch mit Bäumen befüttert. Und hier wird nichts abgerissen. Ja, das bringt ja natürlich nichts, ne? Sollte vielleicht doch kurz die Konstruktion umstellen auf Construction Bots und nicht Logistik Bots. Aber ich brauche beides. Aber ziemlich stark. Mach mir einen Wald, einen Backup-Wald. Damit ich schön viel Resin bekomme. Für noch mehr Wald und noch mehr... Ähm... Rubber. Genau. Ich glaube, die können schneller mich reinstopfen, als ich es hinplanzieren kann. Könnte mal dauern. Sollte echt den Tree Farm-Dingens da installieren. Aber damit kann man so viel Unfug anstellen, wie auch unendlich viel Kohle. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also das ist ein Grund, weniger zu expandieren. Und das wäre momentan, glaube ich, ein Genickbruch, wenn ich jetzt in dieser Umschwung-Phase expandieren müsste. Weil ich habe noch nichts... Ich habe noch keine Rüstung MK3. Ich habe noch keine Superschilde. Kein Laser-Shutgun mit Megamunition. Also was. Und das ist echt die... Hört das auch nochmal auf? Nö. Oh, ich habe gerade... Was? Ich habe gerade was kaputt gemacht. Das ist richtig. Ähm... Ich habe gerade einen Baum auf das Untergrundbild gesetzt. Sehr komisch. Aber gut, das muss erstmal reichen. Ich habe immer noch tierisch viel, wenn wir da... Ähm... So, da unten ist noch gar kein... ... Davon. Oh, Temperatur 99. Ja, jetzt springt das teilweise schon auf komplette Auslastung. Ich denke, ich muss aber noch bessere Rode hinsetzen. Dann passt das schon. Bauen wir mal davon zehn Stück. Das Ding ist immer noch nicht leer. Nö. Und was kommt noch? Und die Bläume ploppen jetzt alles hoch. Ich hoffe, die erschlagen keinen... ...vorbeifliegenden Roboter. So, 46... 56 Türme schießen. Und das Tank geht uns gar nicht. Das können sogar die Steam-Engines ausgleichen. Da brauchen wir nicht mehr den Akku für. Das ist sehr... Wow. Okay, ich habe nichts gesagt. 77... Taka, 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 taka. Aber Akkus halten. Angriff ist vorbei. Akkus füllen sich. Alles ist gut. Wir hatten es vorhin aber, glaube ich, kurzfristig mal gehabt, dass 200 Türme geschossen sind. Geschossen haben. Natürlich war es gleich ganz anderes, ne? Oh, und jetzt ist die Temperatur runter auf 80. Weil halt wirklich mal alle mit 100% fahren. Okay. Wir brauchen also mehr... Wo seid ihr? Bei Strom. Mehr von denen, die ich gerade nicht bauen kann, weil mir alles Mögliche fehlt. Vor allem, dass mir keine Eisenplatten angeflogen werden, finde ich ein bisschen irritierend. Haben wir da gerade keins von? Doch, 6400. Achso, weil immer noch alle Roboter ausgelastet sind. Ja, okay. Gib mal. So. Ah, und hör auf mich mit den... Ich werde immer noch mit Bäumen befüttert. Da. Nein, ich tue die Bäume jetzt nicht wieder zurück. Ich mache dich erst mal aus. Und dann tue ich ein paar davon zurück. So. Okay, euch lasse ich frei. Gut. Oh, oh. Raus, bevor sie hochbloppen. Raus, bevor sie hochbloppen. Gut. Skynet. Skynet. Dir fehlt die da. Für dich fehlt die da. Dafür fehlt alles Mögliche, weil kein Roboter angeflogen kommt. Wie viele Roboter haben wir denn jetzt inzwischen? 558. Also ja, ich habe sehr viele in Auftrag gegeben. Gerade mit lila Kisten. Aber die sollten noch langsam mal fertig sein. Oh. Warte mal. 96 Türme schießen. Oh, es wurde schon was zerstört. Wo ist das jetzt? Da oben. Ja, überall blinkt das. Ich weiß nicht wirklich, wo ein Angriff ist. Rot müsste ich hier gewesen sein. Oh, der ist da einmal glatt durchgebrochen. Durch zwei starke Mauerstücke. Äh, okay. So. Das hier müssen wir tümmeln. Wo ist dein Ärmchen? Achso, das ist noch das uralte Modell. Als sie noch Ärmchen brauchten. So, zweite Reihe, zweite Reihe. Weg, weg, weg. Gut. Besser. Ja, eigentlich müsste ich hier sogar noch mehr hinbauen. Ja, mach mal hier noch eine dritte Reihe hinten dran. Oh. Das war so ein Spucker-Ding. Sludge hält sich. Okay. Strom. Ah, wir haben keine Probleme. 1.000 Türme. Aber davon schießen gerade nur 30. Oh, stimmt. Ähm, die besseren Türme, glaube ich, im passiven Zustand haben sie auch weniger Strom verbraucht. Das könnte auch so ein Knackpunkt sein. Aber ja, einfach mehr Stromversorgung, dann haut er schon hin. Wald wuchert, sehr gut. Das Ding ist auch gleich alle, dann müssten wir noch ein paar Roboter überhaben. Schön, schön, schön. Also, da, da, da. 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 Kiste, 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 Kiste. Schiff rechts, Schiff links, Schiff links, Schiff links, Schiff links. Schiff links. Eventuell haben wir bald keine Brennstoffblöcke mehr, da müsste ich auch mal echt nachgucken. Vertraue irgendwie gerade drauf, dass das alles schon so irgendwie reicht. So, ja. 99. Kommen wir noch nicht hin.